Hallo und herzlich willkommen hier bei der Firma Roggemann. Seit 1948 dreht sich bei uns alles ums Holz. Seit Jahrzehnten importieren wir Hölzer und Holzwerkstoffe aus der gesamten Welt. Erfahrene Mitarbeiter sichern Nachhaltigkeit, Produktsicherheit, als auch Legalität der Produkte. In Südamerika, genauer gesagt in Uruguay, sind wir auf eine wirklich außergewöhnliche Holzart gestoßen und zwar auf das Plantagenholz Red Grandis. Red Grandis ist eine Eukalyptusart. Eukalyptus wächst weltweit. Dies wird in Plantagen angebaut und zeichnet sich durch eine sehr gleichmäßige Struktur aus. Das Holz ist sehr farbgleich. Das Holz hat eine wunderbare Rohdichte von 550 Kilo. Dadurch lässt es sich sehr gut bearbeiten, egal ob längs oder in der Querbearbeitung. Dieses Holz ist grundsätzlich FSC-zertifiziert und hat einen Lambda-Wert von 0,13. Das heißt, vergleichbar der Kiefer hier in Europa. Damit es sicherstellt, dass ich sämtliche technischen Anforderungen im Fensterbau mit diesem Holz umsetzen kann. Das Holz ist sehr feinporig und lässt sich deshalb auch sehr gut lackieren. Harze und sonstige Eigenschaften, wie wir sie von anderen Hölzern kennen, gibt es hier nicht. Und das Holz besitzt eine Resistenzklasse 2 und damit ist auch ein chemischer Holzschutz bei diesem Produkt nicht erforderlich. Und wie das ganze Holz jetzt sich macht im Einsatz beim Fensterbau, sehen Sie bei unserem Kunden der Firma Kubasch-Fensterbau in Miro, Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, herzlich willkommen in der Firma Kubasch. Mein Name ist Christian Kubasch. Wir sind ein Familienunternehmen in der zweiten Generation, welches seit 1986 am Markt ist. Wir stellen Fenster und Türen aus Holz her in höchster Qualität. Unser Firmensitz ist in Miro an der schönen mecklenburgischen Seenplatte. Wir als Produzenten von Holzfenstern und Holztüren legen höchsten Anspruch auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Wir verarbeiten sämtliche Holzarten, die für den Fenster- und Türenbau geeignet sind, so wie hier das Red Grandes, welches absolut feinporig ist, gleichmäßig in der Struktur, sich super verarbeiten lässt, hobeln lässt, mit wenig Schleifaufwand und dieses Produkt spiegelt unsere Qualität auf dem Markt wieder.